Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Monsters. Ja wir haben... Ist wieder zu laut. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, aber ich habe halt am Headset so einen kleinen Regulierer. Fängt sogar schon gut an. Regulierer für die Lautstärke, deshalb bekommt ihr das nicht mit. Aber was wollten wir gerade machen? Wir wollten, genau, wir hatten hier ein wunderschönes Clear Glass. Genau, ich brauchte das Clear Glass. Ich wollte... Ups. Bin ich voll? Ja, ich bin voll. Das gibt es doch kaum. Okay, als erstes... Das Ding hat bestimmt nichts mehr zu tun. Genau. Da kommt jetzt... Das rein, was wir nicht brauchen. So. Ja, ich kann auch immer nicht fliegen. Oh. Ich bin leer. Ich glaube... Ach ja, mit dem neuen... Genau. Ich wollte mir ja... Hä? Was wollte ich gerade sagen? Äh... Also, wir haben halb 10 Uhr morgens zum Beispiel, wollte ich sagen. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer in den letzten Tagen das falsche Iridium genommen habe. Ich habe ja das hier genommen. Und das kann scheinbar von diesem Scanner nicht gescannt werden. Und deshalb habe ich mir schon mal das richtige Iridium da reingetan. Und das werde ich jetzt scannen. Und das wird jetzt mal auch klappen. Hoffentlich. Sonst wäre es ziemlich bescheuert. So. Das Clear Glass brauchte ich für die weißen... Hallo? Wo ist das Weiß hin? Wieso? Wo ist das Weiß hin? Wieso? Wieso habe ich jetzt... Bin ich jetzt irgendwie bescheuert? Und da habe ich irgendeinen Scheißfehler gemacht. Dass ich jetzt... Alles... Weiß weggeworfen habe. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wirklich... Nein... Nein... Oder bin ich gerade einfach nur zu inkompetent für das Weiß wiederzufinden? Hm... Hier ist kein Eis drinne... Was habe ich nur gemacht... Ich bin... So... Scheiße... Ich fürchte ich muss gleich nochmal... Farmen gehen. Und erstmal gucken wie das aussieht. Das ist kein besonderer Unterschied, ne? Mal, wenn ich jetzt daneben mal... Das echte Clear Glass lege... Okay, man hat wirklich keinen großen Unterschied. Naja, auf dem Video wird man sowieso nicht erkennen. Das ist doch irgendwie scheiße. Dann... Gib mir mal noch ein anderes... Ja... Versuche ich das mal schwarz zu färben. Mal gucken was da rauskommt. Schwarz habe ich doch bestimmt... Genau, dabei... Ach... Setze ich mal ein bisschen von diesen Sachen hier... So... Schwarz... Was kommt da raus? Ach, ich kann das auch einzeln machen. Ist ja auch cool. Muss nicht so viel verschwenden. Wie sieht denn das aus? Okay, das ist so etwas Sonnenschutz mäßiges. Aber es ist nicht gerade der Hammer. Juhu... Ich werde... Gerade angeschrieben... Ah... Ich kann auch immer nicht mit dem Fliegen umgehen. Das ist... Etwas zum Aufregen... Was eigentlich niemanden aufregen sollte. So... Äpfel kann ich ja schon mal wegtun. Die brauche ich niemanden nicht. Ja... Lass uns das machen. Lass uns das machen. So... Äpfel weg. Ja, lass uns das machen. Ich kann nichts sehen. Tchung... Wie sieht denn jetzt das Orange aus? Okay... Was ist mit dem Zyron? Das würde vielleicht... Passen... Oder schwarze halt. Das Zyron... Da... Das Zyron... Könnte ich nochmal ausprobieren. Da... Das Gelbe wird wahrscheinlich nicht so schön aussehen. Ach... Ach... Und das Graue... Das Leicht Graue... Wie sieht das aus? Das ist auch noch eine sehr interessante Frage. Glas... Das Zyron... So... Das Zyron... Sieht man so gut wie gar nicht. das ist auch kein großer unterschied das yellow also ich würde dann zu dem zion glas tendieren kann ich das andere alles wegschmeißen so diese drei glas stücke kann ich ja noch einfach mal hier wieder ach nein kann ich gar nicht jetzt kann ich die sowieso nicht mehr gebrauchen so also was kann ich da rein tun ich kann das da rein tun das da rein tun denn das will ich nicht haben das kann ich da rein tun und kann das und das da rein tun und es läuft schon nicht mehr weil es zu voll ist so das bedeutet wir brauchen glas und inzwischen und es hat geklappt ich bin froh ich bin glücklich auch geklappt kann ich mal hallo hier rein tun so was wollte ich noch machen ich bin so verwirrt heute wieder mal glas holen glas holen die ist zwar voll aber hier haben wir auch sandstone aus sandstone kann man sand machen wenn man es richtig macht soweit ich weiß das kann hier rein das kann hier rein ja kupfer na was kommt raus was kommt raus cent wow so viel cent ja okay dann lasse ich die mal oben arbeiten und in der zwischenzeit läuft ah hier habe ich noch jede menge glas ist doch schön dass ich noch was da drinne habe was ich nicht gesehen habe okay ich bin ja ich bin ganz schön verwirrt aber das liegt nicht an der uhrzeit oder an was anderem doch es liegt an der uhrzeit einfach so sagen wir es liegt an der uhrzeit aber das ist die einzige zeit im moment wo ich ungestört aufnehmen kann ohne dass mir jemand reinredet oder sowas deshalb habe ich halt manchmal so früher oder so später aufnahmen so komm fein sehr schön gib mir mehr so jetzt müsste ich 16 draußen haben glaube ich oh ja da waren ein paar ich glaube ich habe ein glas zu viel genommen mist dumm gelaufen tun wir dann mal ein bisschen glas noch rein